Natürlich macht ein munteres Geprügel wie PlayStation All-Stars Battle Royale auch alleine Spaß oder zu zweit, aber am geilsten ist es natürlich, wenn man zu viert zocken kann. Ja, ich habe meine Waffe bereits und wir haben gesagt, wir müssen noch unbedingt zwei weitere Mitspieler hier ins Studio holen und deswegen haben wir Redakteur Daniel dazu verdonnert und Praktikant Matthias. Bitte kommt zu uns, ich räume sogar meinen angestammten Platz für euch. Wo ramm-pam pambam bam pambam Hucke, intern. Zum clapping ist das, oder? Schön, dass ihr da seid. Ja schön, hallo. Ja, ich würde sagen, wir halten uns gar nicht lange auf. Nur ganz kurz zum Erklären, wir werden drei Runden spielen und in diesen drei Runden schauen wir jeweils, wer wie viele Kids hat und wer selbst wie oft gestorben ist bzw. aus der Arena geboxt wurde und dann ziehen wir Bilanz und ich werde gewinnen. Das sehen wir dann ja nach. Deine Bilanz zuletzt war bei unseren Battles nicht so gut, aber ganz egal. Seid ihr bereit? Ich denke schon. Aber du schwitzt ein bisschen vor Angst, oder? Das ist nicht egal. Na gut, schauen wir mal. Es wird sich in der Arena austragen, schauen wir mal, was passiert. Wähle deinen Charakter aus. So, ich bin jetzt Spieler 1 hier. Viu, du bist Nummer 2, ne? Ja. Ach so, ja. Ihr seid schon munter am Auswählen. Ich guck noch mal. 20 Figuren stehen zur Auswahl. Wer nehm ich denn? Wer nehm ich denn? Ich glaube, ich nehm ... Ich nehm ... Ich nehm Kratos jetzt erst mal. Du nimmst Kratos in den Gosch. Der sieht mir aus wie ne sichere Bank. Der sieht so aus, als ob er ganz gut zuhauen kann. Aber ich nehm mal Nathan Drake. Heihachi aus Tekken und natürlich. Hier kann man sehen, hier kann man noch einstehen. Wir machen ja 3 Kämpfe, das müsste reichen. Genau. Wir machen Schlägerei, jeder gegen jeden. Ihr seht, hier kann man noch ein bisschen was einstellen. Objekte deaktivieren oder nicht. Wir lassen das jetzt einfach mal alles bei den Standards. Alle Extras sind dabei, das sind richtig viele. Aber ich hab so das Gefühl, dass es sowieso kaum jemand hier einsetzen wird. So, alle sind bereit. Alle sind bereit, wunderbar. Irgendwer hat noch nicht ... Ja, ich nicht. So, hier sind die ... Schöne Arena. Schöne Arena. Sind alle schön. Äh ... Guck mal, Killzone, Jack and Dexter, Uncharted. Uncharted. Kann man da runter? Wir nehmen einfach mal Uncharted. Uncharted, das ist tatsächlich ne ziemlich witzige Stage. Zur Erklärung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Stages setzen sich tatsächlich immer zusammen aus zwei verschiedenen Spielen. Und das macht das Ganze teilweise wirklich wahnsinnig absurd. Und die sind dynamisch, also die verändern sich im Laufe einer Runde. Können einen durchaus auch mal verletzen, wenn man nicht aufpasst. Es erscheinen aber auch ein paar Items. Schauen wir mal, wer hier ... Ich bin nicht Bernd Shambhala. Das ist ein Ende. Wer ist Kappa? Ich? Opa-rapa. Ich hab mich damals geliebt zu PlayStation-1-Zeiten. So, jetzt also, ja. Was kann denn dieser kleine Typ mich umdoxen? Der Hund? Ja, es wäre unfair, wenn der kleine Hund schlechter wäre. Nein, das ist total unrealistisch. Ich versuche mal hier im Chaos kurz ein paar Erläuterungen für die Zuschauer da draußen zu machen. Wir versuchen uns jetzt zu prügeln. Und das gelingt uns auch schon ganz gut. Oah, was ist das denn? Oah, ist gemein! Wir können springen, wir können doppelt springen. Es gibt drei Standard-Schlag-Ansuchstasten, sag ich mal. Die sind natürlich von Charakter zu Charakter total verschieden. Wir können die Gegner greifen, wir können ... Und das ist das Wichtigste, hier zählen nämlich Kills. Und es gibt hier eben keine klassische Energieleiste. Oah! Was passiert denn jetzt? Juhu! Ja, also das, was man unten als Energiebalken sieht, quasi, das lädt man durch normale, gelungene Attacken aus. Genau. Und ich hab da jetzt zum Beispiel mit Katos eine Eins stehen. Das heißt, die erste Stufe, meinen Spezialangriff, wäre schon zur Verfügung. Die könntest du jetzt auslösen mit R2, aber im Richtigkeit, sparst du noch so ein bisschen, ne? Ich hätt schon ganz gern den Zweistufen gelesen, kann ich ehrlich sagen. Oder sogar, da ist die zweite. Denn am Ende des Tages, wenn abgerechnet wird, zählen nur Kills, also man kann nur killen, also jemanden wirklich kurzzeitig töten, wenn man ihn mit aufgeladener Spezialattacke oder beziehungsweise mit ausgelösen Spezialattacke attackiert hat. Deswegen sollte man ... Ach, Mann! Aargh! Ich glaube ... Ey, sag mal, dieser Hund, wer ist der Hund? Matthias, ne? Der Hund, das ist Parabba! Das ist Hip-Hop-Hund, Parabba. Ja, aber das ist doch trotzdem Hund. Ja. Also ... Also, wenn das für dich als Hund durchgeht. Ja, Parabba. Du wie Sau und Hund. Parabba, The Rapper, PlayStation 1 ganz kurz, natürlich einer der ganz großen, freakigen Originalkaracke. So, jetzt. Kartos, Kartos ... Kartos, alles kaputt machen! Kartos, alles kaputt machen! Deine Liste, Leistung geht aber weg, gleich ist es vorbei. Ich geh weg, ich geh weg, lass mich in Ruhe. Nein! Oh, jetzt hast du mich echt noch erwischt. Oh, so viel Zeit vergeudet. Ja, aber das hat, glaube ich, dir ordentlich Kills gebracht. So. Was war das? Ich hab dich kurzzeitig weggebläßt mit Maga. Man kann natürlich auch ... Weil Level 3 wird's sehr schwierig. Man kann die Attacken, diese Spezialattacken, natürlich auch ... Theoretisch. ... ausweichen oder blocken, aber das ist schwer. Also, ich hab's persönlich noch nicht geschafft, da jemals einen super angeschaut. Oh, da ist ne Waffe, da ist ne Waffe. Ge weg, ich bin da nicht dabei. Nein, nicht, lass mich aufstehen! Diese Orts übrigens, doch, ich hab nie Waffe. Tja, Laserstrahler, ach, weg ist es nicht. Na gut, du schochen. Diese blauen Kristalle, das sind übrigens auch ... ... Kristalle, die man bekommt für ... Aufnehmen, aufnehmen! Ah! Äh, wie schottet ihr die doch? Wieso hat er die nicht aufgenommen? Ja, ich hab's nicht aufgenommen. Ja, ich hab's nicht aufgenommen. Äh ... Diese Kristalle füllen diesen Attackbalken auch. Das wollt ich die ganze Zeit eigentlich sagen. Ja, ja. So. Oh, da fliegen wir. Sehr gut. Alter Ver-Satan! Tschüss! Also, man muss auch sagen, die spielerischen Unterschiede zwischen den Charakteren sind wirklich teilweise gewaltig. Nicht nur, was die Spezialattacken angeht. Also, einige sind primär auf Waffen- und Fernkampfattacken gepolt. Andere mehr auf Nahkampf. So, jetzt, jetzt, Vio, nimm die Kreide. Mal gucken, wer's gewonnen hat. Ich glaub, Vio hat gewonnen. So, ich bin dreimal gestorben und dreimal drei Tode. Also, bei mir drei Striche drei. Bei dir fünf, zwei. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Bei Daniel drei, sechs. Drei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und bei Pucci drei, drei. So, Mann, 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 das wird echt eine knappe Kiste. Ich bin jetzt übrigens gerade aufgestiegen. Ich krieg Erfahrungspunkte, denn je mehr man mit einem Charakter spielt, und ich bin ja quasi gerade der Main-Charakter, desto mehr Punkte bekommt man. Ja, das heißt, das sieht ja für mich schon mal gar nicht schlecht aus. Obwohl, Daniel ... So, wir wechseln jetzt alle die Figuren. Das waren die Kills, äh, die Kills, so. Ich nehme jetzt mal, ich glaub, ich nehme mal Sweet Tooth. Sweet Tooth, natürlich bekannt aus der Twistic Metal-Serie. Wie nehm ich denn? Zack Ball? Ich bin dabei. Ich brauch was mit Knacken. Ich kann mich nicht entscheiden. Löser-Call, lieber-Call. Zack-Boy. Das Fiese an Zack-Boy ist so klein, den kann man teilweise echt schlecht treffen. Ja, das passt so gut zu mir. Mal gucken, ob wir das auf dem Schlag finden. So, was nehmen wir? Ähm ... Ja. Die Loco-Rocco oder Ape Escape. Lass mal Resistance nehmen. Ja. Von Resistance selbst ist übrigens kein Charakter dabei, aber das kann natürlich noch werden, weil Sony ja schon angekündigt hat. Einige sind schon angekündigt. Da wird's regelmäßig gratis DLC geben, da kommen dann neue Charaktere dazu. Ähm, und das ist bestimmt nur ne Frage der Zeit, bis jemand aus Resistance dann ebenfalls mitpulgeln wird. So. Jetzt aber. Und da gibt's hier geballte Comic-Action, bis auf YouTube, ne? Mhm. Ja. Diese Eröffnungssequenzen übrigens, die kann man auch freispielen. Also, man hat dann die Möglichkeit, je mehr man spielt, kriegt man halt Bonusbilder auch für online freigeschaltet oder Sprüche oder Eröffnungssequenzen. Und kann die so ein bisschen anpassen. Ob wir nun was aussehen. Zack. Oh, der hat ja überhaupt keine Reichweite, der Sackboy. Aber dafür ist der auch... Kurze Arme! Ratchet, ne? Der baut sehr auf seine, ähm, auf seine geilen Erfindungen. Ey. Oh Mann, Snoopto, mach was. Ich hab noch nicht einmal einen in der Sicht, glaub ich. Ich tu mich aber gerade auch sehr schnell. Komm schon, komm schon, mit deinen kurzen Armen. Also, man kann natürlich auch blocken, man kann Ausweichrollen machen, äh, man kann Kombos starten, man kann, man kann, aber... Nimm's mal auf, wenn du kannst. Ja, ich werd da gerne hinkommen. Lass mich, lass mich! Und man kann den Gegner auch greifen, so wie es gerade mit dem kleinen Zack war. Ja, 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 alles gut. Die kleine Vio möchte aus dem Nirwana abgeholt werden. Lass mich doch mal! Ah! Ja, du hast so einen Föhn. Äh, Ventilator. Was ist denn so, das Föhn? Jetzt hast du gerade deine Level-1-Attacke ausgeführt, ne? Ja. Lieber Daniel, das hat ja auch direkt wieder mal Kins gebracht, unter anderem nicht gestorben. Na, was machst du hier, Zack, wollen wir hier? Das ist doch so ein Judo-Wurf, ne? Ja, ja. Juuu. Das, 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 äh... Ach, super, ich hab jetzt gerade wieder mal meine verschwendet. Oh, hier, super, super frei. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Ach, du hast den Ventilator. Zack war auch den Ventilator. Du hast gerade den Ventilator drin. Ja, das weiß ich, aber ich meinte was anderes. Aber ich nicht. Ich will jetzt hier den, ja, genau. Nein, gib mir den, 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 ich will den Speer haben, so, zack. Matthias, du alter Lumpenhund. Das muss ja auch unbedingt noch mal ein bisschen Punkte sein, da. Was ist denn hier los? Was da beginnt? Hul jetzt! Stimmt nicht, sich nur Player 4 da rumlaufen? Was ist denn das für ein Spiel gerade hinten übrigens, was ich da reingemorgt hab in die Resistance Stage? Äh, 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 dich. Lenk mich nicht ab. Nee. Ich glaub, das war's. So, du bist Mäuse. So, haben wir jetzt gerade alle ihre Super-Action-Dinger da aktiviert worden? Ich nicht, ich will echt, Mann. Ey, das macht am meisten Spaß, ja, einfach greifen und auf den Boden smashen. War auch noch mal. Ich will auch mal eine Stufe 3, aber man muss sich natürlich wirklich überleben, ne? Irgendwie haut man's, wartet man bis man eine Stufe 3 hat, weil man dann eine mega mächtige Attacke hat? Oder macht man's wie Ratchet die ganze Zeit einfach nur seine Scheiß-Level-1-Attacke? Wieso hast du denn gerade so'n Schutz-Schild gehabt? Das ist mir grad auch nicht ganz klar. Ich hab'ne Shotgun, aber das ist voll gemein. Das muss ich noch ruhig. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Wollt's nicht? Alles voll gern. Aber mir läuft die Leute auch immer auf. Was ist denn? Du, Ratchet, ey, du mit deiner blöden ... Du bist echt so eine Arschkuh. Du bist echt so ... Jetzt steht er da einfach und versucht mit seinen blöden Fernartagen. Ich hau' dir jetzt aber. Jawoll! Oh, okay. Schade. Vio zur Kreide? Ja. Also, Colin, zwei, sechs. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vio, drei, drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Daniel, sechs, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hallo. Daniel, drei, verloren. Eins, zwei, drei. Und fünf, vier für Matthias. Ja. Neue Runde, neues Glück. Hm. Doppeln Charaktere ist natürlich nicht, ne? Ja, das wär ja du. Genau. Würdest du wieder Ratchet nehmen, ne? Ich nehm jetzt mal Raiden. Ich nehm jetzt auch mal, glaub ich, Weibchen. Nariko. Ja, oder? Oder? Wenn ihr da alle so, obwohl Raiden ... Na, Riko aus Heavenly Sword und Killzone haben wir dabei. Den hast du noch mal, Daniel? Nehmen wir den jetzt mal. Komm, wir nehmen mal Bioshock Infinite. Es ist nämlich auch schön, Bioshock ist ja noch gar nicht raus. Aber die Stage, die uns über die Wolken führt, des Bioshock-Unversums, die gibt es schon. Radek aus Killzone und der böse Cole aus der Infamous-Serie. Den gibt's auch als gute Version. Ist quasi der einzige Charakter, der so eine Licht- und Schattenseite hier auch hat. Ich bin ja mal echt auf Bioshock gespannt, ne? Total. Und natürlich auch Metal Gear Rising. Ich bin auf alles gespannt. Nehmen wir diese Schlücke, Quillt. Bisschen Blast, der Cole. So, jetzt gilt es übrigens, ne? Für alle, die in der Ernst der Lage noch nicht ganz erkannt haben. Ja! Der haut mir hin das schon wieder. Cole, du ... du Eumel! Nee, Mann! Alle, ich war das hier. So. Sag mal, Kinder ist hier. Jetzt aber. Boah, ey, Nariqo. Lack mich so ... Block, 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 block! So, ich bin schon mal Level 1. Mal gucken. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mit den Blocken hab ich noch nicht so wirklich raus. Das ist auch echt nicht so einfach. Das ist auch so schnell. Ja. Aber diese Feuer-Flammen-Schwert-Geschichte, die gefällt mir schon mal gar nicht so schlecht. Ja, die ist echt klingend. Immer schön, euch auf Distanz halten. Ich find's übrigens schön, dass alle an ihren Leisten quasi arbeiten. Und keiner jetzt ... Schluss, dann bleib bei deinen Leisten. Und keiner traut sich Level 1 ... Doch, Radek hat grade gemacht. Ja, sieh. Aus, nehmen, werfen. Hängen. Oh. Mann! Ah, Hei-Jäger, Bim-Bam. Hei-Jäger, wo hinstehen. Hei-Jäger, wo hinstehen. Nein. Kann ich schießen? Mann, ey. Oh, ja, ich kann schießen gehen. Lass mich doch mal ... Ja, 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 ich mach ... Ja, sehr gut. Da steht der prima, da steht der genau richtig. Ah! Ich hab so schnell an meiner Leiste gearbeitet grade. Oh, oh, Vorsicht! Wer ist das denn? Bioshock. Big Sister. Big Little Horror. Nightmare-Sister hier. Lass mich los, blöde Nari-Kuh! Nein! 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 Der härteste, härteste Badass-Contra-Ever. Nein! Wo steh ich denn? Was ist denn das für ein Spiel? Das ist krass, 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 krass. Vorsicht, das sind böse Schüsse aus dem Hintergrund natürlich. Oh, ich zoll. Ich brauch nicht mehr viel, dann bin ich Level 3. Bitte, bitte, bitte. Ja! Kanone. Du, 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 du. So, jetzt aber Level 3. Zeit für einen Super-Move. Jetzt ist Zeit, so. Oh, ich hatte grad mal einen Super-Move. Den darfst du gleich noch machen. Ich war grad super gestorben. Ah, ihr seid jetzt in diesen Kästen. Was war das? Ihr seid da drin und ich hab ich einfach kaputt. Was muss ich jetzt machen? Ich muss abhauen, oder was? Ja, ich weiß nicht. Ist egal, schnell. Aber das gefällt mir nicht. Also, einige haben ja auch mächtigere Super-Move. Der Raiden-Move ist jetzt ... Das ist ziemlich lahm. Ich weiß nicht, ob das so schlecht sein soll. Ja, aber das waren jetzt, glaub ich, drei Kills, die ich nur bekommen habe. Oh, wo bin ich auch da oben? Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Das ist aber auch echt so was von so einem rudelbesoffener Wehrschwein. Ey. Drei Kills, du hast aber echt auf mich abgesehen, ne? Drei Kills ist nicht hier oben. Ja, die letzte Minute ist angelaufen. Ja, die als Vibe-Konkurrenz-Wart. Was sind das für Dinger? Was sind die Todesdinger auch vorne hinten? Drei Kills. 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 Aber es sind natürlich nicht alle. Es werden welche nachgeregt, 20 Stück sind jetzt beim Launch quasi dabei. Es gibt einige aus Gravity Rush zum Beispiel wird es als Gratis-DLC geben in der nächsten Zeit, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn, wer ist euer All Star? Also wen vermisst ihr jetzt, wen würdet ihr unglaublich gerne als Download haben? Wer nennst du denn gerne? Ach schwierig. Also ich bin mal so die Serien durchgegangen, die noch PlayStation-exklusiv sind, die noch fehlen. Aber ich mein'n, was willst du aus Wipeout machen? Ich kann mir das vorstellen, so einen geilen Morten ist... So ein Charakter so ein Ding nehmen ist... Ich meine, oder Cloud Strife zum Beispiel von Final Fantasy 7. Immer noch eines der meistgeliebten Playstation-Spiele ever, würde ich sagen. Wenn ihr noch Wünsche habt, welchen Charakter ihr gerne im Playstation All-Stars sehen würdet, dann ist das euer Weg, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Postet uns einfach euren Lieblingscharakter, den ihr noch sehen wollt, auf die Facebook-Pinwand. Einfach facebook.com slash vorzocker, das ist unsere Seite. Und wenn ihr uns da was auf die Pinwand postet, dann könntet ihr zu den Gewinnern zählen. Die Valentine wäre auch noch cool. Also es gibt viel. Überlegt euch einfach was. Ganz kurz noch eine Sache. Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass nicht immer alle reagieren, wenn sie dann benachrichtigt werden. Ihr werdet dann von unserem Redakteur Daniel angeschrieben über Facebook. Das ist kein Fake. Also viele antworten dann nicht, weil sie sagen, das ist bestimmt irgendein Typ, der will irgendwas von mir, das ist ein Fake. Nein, das ist unser Redakteur. Wenn ihr gewonnen habt, dann wird er euch anschreiben. Genau, in der Vergangenheit mussten wir die Preise dann teilweise in den Müll werfen, weil sie niemanden haben wollen. Und das soll natürlich hier nicht passieren. Also in diesem Sinne, macht fleißig mit. Wir sind gespannt auf eure Einsendung. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr vielleicht sogar die Playstation Vita. Aber wir machen jetzt erstmal Feierabend und würden sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.